Hast du deinen iPhone Code vergessen und weißt nicht, wie du ihn knacken kannst? Dieses Video zeigt dir, wie du den Code deines iPhones ganz einfach umgehen kannst. Methode 1 iPhone Code knacken über 4UKey Schließe dein iPhone an den PC oder Mac an und öffne 4UKey. Klicke auf Starten zu entsperren. Du musst die Firmware herunterladen. 4UKey entfernt den iPhone Code Dein iPhone Passwort wurde geknackt und dein iPhone kann ohne Code entsperrt werden. Methode 2 iPhone Code knacken über iTunes Schließe dein iPhone an den Computer an und öffne iTunes. Versetze dann das iPhone in den Wiederherstellungsmodus. Wähle Wiederherstellen und akzeptiere. Dann beginnt das Herunterladen der Firmware. Wenn die Firmware fertig ist, wird dein iPhone auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Das iPhone Passwort wurde ebenfalls entfernt. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und besonders über ein Abo.